But you wake me up I was just a sleepwalker You wake me up Was just another sleepwalker You look cute with your hair soaked in chemicals Thanks, you would know Hide! Let's play, life is strange Hier ist gerade jemand reingekommen Der Sicherheitsdienst, wahrscheinlich David Madsen Wir sind doch schon auf dem Weg Tschüss Ähm Okay Dude, hide! Like when we were kids I could use my power Or just look for a hiding spot Or both Where are they? Ich stelle mich erst mal hier hin Und dann können wir ihn ja so ein bisschen verarschen Das müsste ja gehen Ne, David? Das müsste ja gehen, wenn ich dich verarsche Hallo? Anybody there? Nein, nur wir Schließfächer War nicht wahr? Du kannst nichts hören, weil hier nichts ist Niemand Ich habe ein Flashlight und ein Stick Ja, ja, ich weiß schon Und das ist eine sehr bedrohliche Taschenlampe Alter, waren das gerade zwei? Zweimal David Madsen Oder ist das andere einfach nur ein Wachmann gewesen? Haben wir es geschafft? Eigentlich ja, oder? Es ist sehr dunkel für euch, ich weiß Aber ich kann es leider nicht ändern Die Kamera ist auch super Kommen wir hier raus? David, lass uns in Ruhe Ich gucke mir lieber noch so einen schönen Grafikfehler an Hä, was ist denn jetzt denn nur? Hier ist niemand Chloe? Shit! Chloe ist da hiding Oh, jetzt muss ich einen anderen Ort finden Hä? Okay Einmal wegrennen Oh, ja Oh, yeah Du kannst nicht zurück in deinem Haus gehen, du bist ein Blackwell-Fugitive. Du bist in meinem Haus heute. Du willst mich da, wo der Blackwell-Security-Officer wohnt, damit ich sicher bin? Okay. In die Auto! In! Ha ha ha! Later, fuckers! Max, du bist so großartig! Wir sind so fucking awesome! Ha ha! Ja, wir sind so großartig! Hm? Speichern! Ja, das war ja. Ich bin so großartig! Ja, ich bin so großartig! Ein Hund. Always remember this moment. Photobomb! Photohog. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Like it needs another one. I'd like to do something good for my school in Arcadia Bay. I can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Every great artist gets rejected before they get accepted. So you have to enter a photo. Even though I'm pimping the school and town you want to torch? Come on, I don't want to see Arcadia Bay burn to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since... Since you left, basically. If I could find Rachel then pay Frank off, I'm still leaving to start a whole new life. I wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the school girl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. I know that it is freezing, but I think we have to walk. I keep waving at the taxis, they keep turning their lights off. I'm so hyped out for last night. But it was awesome. I have to ponder what kind of criminal I've become. Last night was only the tip of the iceberg. I have to admit, it was pretty cool to take over the Blackwell gym. Today the gym, tomorrow the world. We need to step it up. We still have to be careful how I use my power. I don't want to get stuck in time. I don't want to get stuck in time. I don't want to get stuck in time. With the sidewalk and the pigeons and my window reflection. The mask I polish in the evening by the morning looks like shit. Okay, I need to get dressed now. Phew, off from Warren. Glad to see you didn't blow up Blackwell last night. Almost glad. By the way, the drive in is actually popular, so I'm buying the ticks now. I will let you take care of the popcorn. In other words, you can't back out now. I don't think I'll be washing today. Why not? Here, so anarchy. Zeichen, is doch schön. Kannst du mal anziehen. Ist genau dein Style, Max. Wow. I remember this old phone. We decorated it together. Wahrscheinlich noch zwei Balken. Ah. 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 Ne, noch nicht. Was haben wir hier? Das Foto, was wir von dem Schmetterling gemacht haben. Hier, Burger. Don't be a dummy. Cover your... Ist das blöd. Burger. Please come back. So eine Burgerkarte. Ist auch schön. Buskarten und Kondome. Eine Box. Mit Bildern. Wow, Sir. That was my tenth birthday. I didn't know, Chloe kept this stuff. Ja. Bessere Zeiten eben. I love this song. Telefon. I thought Chloe might put up a pic of me instead. Can't compete with Rachel. Holy shit balls. Frank is scary. I should have let Chloe take that money. Nin... Chloe! Money! No! I don't have your money yet. This is my last message. I will get it. No, you fucking whore. Chloe doesn't seem too upset she didn't take that money from the handicapped person. I love this morning light. It's so peaceful. Wouldn't it be wicked if we could just hang out here forever like when we were kids? Yes, but sadly we're not kids anymore. At least you can date now, right? My dad was terrified of the day I would discover boys. So, you never really told me if you had a serious boyfriend while I was away. Not serious. Hella stupid, usually. I went through a boy toy phase. Among other things. I can't see you with any of the guys around here. Because you have a good eye. That's why I was so glad Rachel came along to rescue me. Sounds like you totally crushed on Rachel. You would have too. Smart, sexy, and sassy. Like me, right? Well, duh. Maybe Rachel would have fought over both of us. You wish. Then again, maybe. You're a photographer and she wanted to be a model. I'm lucky David didn't bust me for acting like it was my part. Chloe is so damn cute. She's really trying to suss out what my vision means. Mystic Weather. Supernatural Signs. From Dr. J. Coswell. Can I check out the news on this old laptop? Clar. At least we haven't been identified. Yet. Police and fire departments responded to break-in and vandalism on the Blackwell Academy campus around 1.30 am. Police have no stated if they have any suspects yet. Incident police arrested a nude man with a sword at Up All Night Donuts of Peking Pai Road at approximately 8.52 pm. The unidentified man was charged with being under the influence of energy drinks and meth-amphetamines. He is being helped without bail pending further investigation. Ja gut, warum nicht nackt mann auf meth einfach mal aus'n Donutjob kratzen. Thank God, she's okay. I wonder when I can visit her. Blackwell Academy to Chloe Price. Following a public suicide threat at Blackwell Academy, Kate March is reportedly in a stable condition. Under supervision at Arcadia Bay Med Center. No more information is available at this time. Aber hier geht's gut. Time to put on your daily armor, Max. Yeah. Ugh. Still reeks like a chlorine factory. See if you can find a suitable outfit in my fashion hole. Mal gucken, ob wir was finden. Man, if I had stayed hidden, David wouldn't be targeting me. Okay. Time for some Chloe cosplay. Hey, there you go. Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes just to see if they fit. Stop second guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try. For example. I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. Uh... uhmmm... Kff... Jaa, also ich muss sagen, ich hab ja auch nen Bildungsauftrag, den ich erfüllen muss, ne? Also... Verdammt, du bist so schwer, Max. Jetzt kann ich Warren texten und sagen, dass er keine Chance hat. Unless er in eine Frau-on-Gerl-Aktion hat. Du bist so ein Dreck. Oh Mann, das war priceless, wenn ich Chloe küsste. Sie dachte nicht, ich würde. Ist richtig, deswegen lass mir das auch so. Ich denke, Rachels Style ist ein bisschen mehr subtil. Wie ich. Sie ist doch an. Ganz einfach. Passt. Looking sick, Max. A couple tats, some piercings, and we'll make a thrasher out of you yet. Ready for the mosh pit, Shakabra. Maybe not. Go on down and say hi to Joyce. Free breakfast. I have to wake and bake first. I promise not to tell. Let's not rewind and find out, okay? Santa Monica. Irgendwas. Santa Monica. Ja, genau das. Oh Mann, ich liebe dieses Lied. Voll schön. Voll toll. Oh, na ja. Wir gehen mal. Sollte mal ja durch die ganze Wohnung hören, ne? Oh mein Gott. Das riecht so großartig. Es ist wie, wenn wir Kinder hier waren. Wahrscheinlich nach Frühstück. Kate. Hey Kate, ich bin... Ach nee, hier. Max, thank you from my heart for reaching out to me on this roof. You're the only one who was there for me at school. The only one who truly cared. I have to believe you were sent to give me hope. You did so much more than that. My father is grateful as well. You will always be in our prayers. Love and blessings. Your friend Kate. Hey Kate, I'm so glad you're okay. I will visit you as soon as I can. Promise. Ach ja, Kate, geht's gut. Das ist schön. Spiegel. Also, das ist ein Vogel. Ist das der Vogel, den wir in der letzten Episode... Ne, in der ersten Episode war das. Ist das der Vogel, den wir da reingelassen haben? Hallo, Vogel. Ja, krass. Jetzt ist der hier. Alles klar. Zahnbürste. Dann benutzt sie auch jetzt. Was ist ironisch ist, ich habe es immer hattet, wenn Chloe hat meine Toothbrush benutzt. Hm. Na gut. Ist halt so. Was haben wir sonst noch so? Ah, hier. Einmal das Gesicht abspülen. Ja, mach doch einfach. Du hast noch ein bisschen Zeit. Check out Mad Max. Ready to fucking thrash. I'm so hardcore. Yeah, really hardcore. Take a picture of you. Yeah. Pinhold. Das ist das karierte Hemd. Als nächstes haben wir den Vogel und dann die Amerika-Flagge. Ist das du? Oder sitzt sie an? Ach, ich weiß es nicht. Dich können wir nicht fotografieren. Vielleicht ist das, vielleicht ist das nicht. Ach, Mann. Dieses Lied, ey. Window. Oh, kluge Entscheidung, da dann nicht reinzugehen. Wahrscheinlich eher nicht. Und nach unten. Briefe, können wir die schon? This might be the one time, these people are right. The Anders now. Are you still ignoring his warnings? Did you feel the snow? Witness the eclipse? Seen the dying animals? The signs are upon you. Arcadia Bay is the final battleground for Pazuzu. Isaiah 66, 15, 16. For behold, the Lord will come in fire and his chariots like the whirlwind to render his anger with fury and his rebuke with flames of fire. For the Lord will execute judgment by fire. Save your soul today. Repent. Join the church of final revelations this month and get free dispensation from hell. Watch us on Arcadia Bay Public Access Channel 40. Contact Pastor Cruz at CFRProductions.oh Oh, sogar mal. Ohne die, ohne auf Read zu klicken, konnte ich das so lesen. Das ist ein Erfolg. Hm? Looks like a message. Mhm. David, this is Officer Corn. Just want to let you know your stepdaughter's car was identified near the Blackwell campus last night, around the time of the break-ins. What? Give me a call soon. Are you in trouble again, Chloe? Don't you sleep? Bass? Good bye, message. I think Chloe has earned a break from all this bullshit. Das ist richtig. Chloe, sollen wir sich mal eine Pause gönnen? Was so? Ach, ein Vogel. Guck an. Oh, look at the poor bird. He seems kind of freaked out. Wenn wir den jetzt erschrecken, dann fliegt er irgendwo in der Wohnung rum. Wahrscheinlich müssen wir mal die Tür öffnen. So, können wir den nicht offen lassen? Der Vogel muss nämlich raus. Motorradfahrer. Mhm. Wie kriegt man denn den Vogel raus? Können wir ein Fenster öffnen? Bevor wir irgendwas machen, will ich den Vogel rausbekommen. So. Was haben wir hier? Zeitung. Oh, Mann. Ich will nicht so bekannt für das sein. The Independent. Flash Snow and Freak Eclipse. Apocalypse Soon. Super Heroin. Safe Suicidal. Ah, Heroin. Ach so. Heldin. Safe Suicidal Blackwell Student. Ah, es ist ein bisschen schade, dass es nur so am Rand erwähnt wird, aber na gut. Ich nicht. Ich trinke kein Bier. Nicht mehr. Was? Ich habe nichts gesagt. Ich bin seriös. Ich würde niemals Alkohol anfassen. So. Immer runter da. Ehrlich mal. Weg da vom Kamin. Weg mit dir. Raus. Ah, und jetzt ist der da. Und das sieht doch aus wie der Vogel, den wir fotografieren sollen. Den Vogel auf einer Zaunlatte. Ah, wir haben noch eine Seite gekriegt. Mit dem Foto eingeklebt. Schön. Hier ist es. Vogel auf Holz. Der Vogel sitzt auf einer Zaunlatte. Das wird wahrscheinlich das sein. Oh. Mit dem denn? Oh, dead bird. Poor thing. Ah. Die haben nicht mal eine Katze. Also nicht mehr. Dongo ist ja ein bisschen gestorben. Foto. So. So, sehr schön. Foto vom Vogel. Raw strength. Ein hübscher Vogel. Noch ein toter Vogel, wat? I wonder how these birds died. Ja, herrlich mal. Ja, herrlich mal. Wieso sterben die ganzen Vögel? Schaukel. Sitting in a swing always feels so comforting. I remember when Chloe and me would take turns in the swing. We would push each other so hard we'd fly way up in the air. Chloe always wanted to swing all the way around. I always got scared and would jump off before I flew off. And Chloe is still trying to get high. Heute aber auf etwas anderem Wege. Na gut, lass uns keine Zeit verlieren. Noch drei tote Vögel? Was ist denn hier los? Verdammt nochmal. Drei tote Vögel? Das ist fucking ominös. Das ist nicht normal. Na gut, aber machen können wir dagegen eh nichts. Das war wahrscheinlich in der... In dem Brief da, äh, mit toten Tieren gemeint. Wahrscheinlich kippen überall um die Viecher. Wowzer. Chloe is still eating the same cereal. So do I. Swagknocks, oder? Swagknocks? Ich kann die nicht richtig erkennen, wenn das so... Mit den Zeichen. Swagknocks. Sweetnecks. Es sind Sweetnecks. Joyce. Na du. Joyce looks so different in her street clothes. Good morning, Joyce. Rachel. Oh, I mean Max. Oh, you startled me. You fit those clothes well. Thank God you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. Ja, zum Frühstück. Essen wir mal Pancakes. I'm dying for some of your famous Pancakes. I thought you would have missed those. Ah, you ate more than William. And he loved them. I remember. We would erase each other to grab them from a stack. So this time you can help me with the ingredients. I need you to grab me the eggs and milk. Eggs and milk? No problem. Ich glaube, das kriegt man gerade so hin. I love that they still have the same refrigerator. Max and milk? Ähm. Wo sind die? Come on, Max. Find those ingredients so we can chow down. Okay, Milch steht da. Now for the mother's milk. Und wo hat die die Eier hin? In den Kühlschrank kann man nicht gucken. Come on, Max. Find those ingredients so we can chow down. Hat die Eier eingekauft? Okay, sie hat eingekauft. Alles klar. The eggs always come first, as Joyce used to say. Ja, stimmt. Einen Hulen Pancakes zu hauen könnte auch ein bisschen komisch schmecken, möglicherweise. Fotos. Kennen wir aber alle schon, glaube ich, ne? Ja. Ich mag das Katzenbild. Bitte schön. Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. And she hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in L.A. I'd love to think that too, Joyce, but... We are on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or wherever she is. Is there any reason that Rachel might be mad at Chloe and left without her? Chloe could piss everybody off but her. They were almost joined at the head. Reminded me of you and Chloe. Rachel wasn't as grounded as you. I'm grounded? Since when? Maybe that's why Chloe likes Rachel so much. Max Caulfield. Are you actually jealous of Rachel? Maybe. Rachel was so much cooler than me. You think? Then why has Chloe been telling me she wishes she could be more like you over the past five years? Doubt it. Um, did she really? Five years ago feels like a thousand now. And that makes me what? A century old? You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila. A breakfast fit for us queens. And a king. Go sit at the table. So, und da das gerade so schön speichert, würde ich auch sagen, das wär's dann für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Video, wenn's da ein Frühstück gibt. Ich freu mich schon. Bis denn, Freunde. Ciao. Ciao. Ciao.